Hallo miteinander, ich bin jetzt seit zwei Wochen in Japan und habe dank Ronja angefangen Japanisch zu lernen und habe darum ein ganz besonderes Erlebnis hier. Es ist mega Spass, wenn man auf einmal mitbekommt, was andere erzählen, wenn man lesen kann, was steht. Und darum habe ich auch 3K kennengelernt. Ja, ich bin jetzt mit Jio und Jio. Ich bin jetzt von 2 Uhr, bis heute. Es war sehr Spaß. Ich bin jetzt auch hier in Japan. Und wir sehen uns. Ja, ich bin jetzt wieder. Ja, ich bin wieder. Ich bin wieder.